das ist die bike light 80 niedrige stufe hohe stufe das ist die active right 800 lumen keine ahnung welche stufe ich schalte jetzt mal durch das ist mehr im oberen bereich das scheint vollgas zu sein und das soll dann wohl das abblendlicht sein nochmal die große philips 80